Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Ganschaut und ja, warum mache ich das Video? Genau, wir haben ein Gewinnspiel am Laufen gehabt oder beziehungsweise, doch, wir haben es am Laufen gehabt. Jetzt ist es 0.47 Uhr und das Gewinnspiel ist seit 47 Minuten zu Ende. Und ich habe jetzt natürlich die Auslosung schon gemacht und darf den Gewinner bekannt geben. Was hat er gewonnen? Genau, er hat dieses Edu Teach Lavalier Mikrofon ETM 006 gewonnen. Das zum Runpin hier, wenn ihr euch ans Video erinnert. Ich danke euch auf jeden Fall fleißig für die Mitnahme, äh, für die Mitnahme, genau, für die Teilnahme. Und ja, es kann leider immer nur einen geben und der eine ist Ashy Zockt. Gratulation, 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 Mijon. Ich hoffe, du hast Spaß an dem Ding. Ich danke dir und allen anderen fürs Mitmachen und für euren Support. Wie gesagt, das ist ja das Abo-Special für meine 200-Abonnenten-Marke gewesen, dass wir es endlich gepackt haben, damit wir es nicht vergessen. Das heißt, dieses Gewinnspiel war natürlich nochmal aus Dank zu euch. Und was ganz cool wäre, wenn du irgendwie eine Kamera hast oder sonst irgendwas, das vielleicht hochzuladen auf deinen Kanal. Oder du schickst es mir irgendwie oder legst es irgendwo hoch und gibst mir den Link dazu, ähm, dass es sicher bei dir angekommen ist. Und, äh, ja, einfach bloß so ein bisschen, dass ich hier keine Scheiße erzähle, dass du das auch wirklich kriegst. Ne, das wäre vielleicht ganz cool, wenn du das machen könntest. Wenn es nicht geht, reicht notfalls vielleicht auch ein Foto oder was auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Alles kann, nichts muss, ne. Würde es mir auf jeden Fall einen Gefallen damit tun. Ausgelost habe ich das ganz einfach. Falls sich jetzt natürlich wieder jemand fragt. Ich habe da hier, ihr kennt das, online, ne, Losungstool oder Auslosungstool eingegeben und dann oben angeklickt. Und dann konnte ich mir die Namen, alle von denen, die mitgemacht haben, 20 Leute haben insgesamt mitgemacht, die ich aufschreiben konnte. Es hat noch einer mitgemacht, der aber kein Abonnent ist. Der hat einfach so bloß kommentiert, den habe ich ausgegrenzt. Das habe ich ja auch in dem Video erklärt, dass ich ausschließlich unter den Abonnenten vorlose. Und, äh, ja, als erstes ist dann der Eschi zockt rausgekommen. Und somit hat er dann natürlich gewonnen. An alle anderen nicht traurig sein. Es folgt bestimmt nochmal das ein oder andere Gewinnspiel hier auf meinem Kanal, wenn ich wieder was übrig habe. Oder wenn, was ist, ich, keine Ahnung. Ich kriege, man kriegt ja ab und zu zu irgendwelchen Sachen, die man kauft, ein Key oder irgendwas. Keine Ahnung, wenn ich das Key nicht, das Key, das Game nicht spiele oder doppelt habe oder was auch immer. Oder ich da durch, durch YouTube an, äh, Pre-Order-Keys komme. Und das nicht nur einer ist, dann werde ich die natürlich auch mit euch teilen. Weil ihr als Community ja Bestandteil, ne, von meinem YouTube-Kanal seid. Ihr seid die, die im Endeffekt eigentlich diesen Kanal ausmachen. Natürlich mit meinen kleinen Videos. Aber es geht hauptsächlich um euch. Für euch mache ich das alles ja hier. Und ich hoffe, ich kann weiter mit eurer Unterstützung rechnen. Ihr macht das echt genial. Ich bin euch wirklich da total dankbar. Ich sitze hier immer so ein bisschen steif. Aber ich komme sonst immer überall gegen. Ich muss mich dann immer so ein bisschen so ein bisschen umreißen. Ist halt mit Webcam alles ein bisschen scheiße. Ich muss mir auch so einen scheiß Camcorder oder irgendwas holen. Ja. So. Anderes Thema. Wie sagt Eschi, nochmal herzlichen Glückwunsch per PN an meinen YouTube-Kanal. Äh, dass ich die Daten von dir kriege, wohin ich schicken soll. Damit ich das so schnell wie möglich natürlich diese Woche noch, äh, verschicken kann. Ja. Und für die, die es noch interessiert, das Paket von Miffcom wird heute und morgen ankommen. Ich werde dazu natürlich ein, äh, Unboxing machen. Damit ihr das Prachtstück auch mal sehen könnt. Also, wen es interessiert, natürlich dranbleiben. Wird diese Woche wahrscheinlich noch kommen. Das YouTube-Video. Dazu. Das werden wir natürlich hochladen. Naja, nur für mich ist ja egal. Das braucht kein Schwein. So. Aber falls ihr das sehen wollt. Das Hüllending, was ich mir da, was ich mir da zusammengebastelt habe. Dann auf jeden Fall die Woche verfolgen. Ich werde das auf jeden Fall noch hochladen. Damit ihr euch das Teil auch mal angucken könnt. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Danke nochmal. Eschi, dir herzlichen Glückwunsch. An alle anderen nochmal. Danke für die Teilnahme. Danke für euren Support. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Und hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Und natürlich in den Comments. Und dann wünsche ich euch immer was. Haut rein. Euer Ganschhaut und so. Und zum Abschluss noch einen Schluck. Eschi, herzlichen Glückwunsch. Anstusen.